Hallo! Guten Tag! Hallo Mutti! Und auch die anderen Muttis und Pappis, wo bin ich denn hier? Ja, 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 ich bin auf der Sachsen-Card. Ich meine, es ist die 18. Mitgezählt haben wir alle. Und ihr, die da draußen jetzt am Monitor sitzt und das zuguckt, ja, Arsch raus aus der Koje, herkommen, angucken, vor allen Dingen Halle 4 Stand G1, da sind wir mit unserer super, super leckeren Biker-Lounge, da gibt's Filme und Knabberzeug. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns später. Wir machen heute, morgen und übermorgen die übliche Händler-Verarsche, nein, natürlich nicht, auch Zuschauer-Verarsche, und den Rest, ja, den improvisieren immer einfach. Hinter der Kamera, wie immer, René, dieses Jahr noch 2 Kilo schwerer als letztes Jahr, dafür weniger Haare, macht aber nix, ja genau, Fingernickel hat er sich auch geschnitten. Ja, bis später. So, ich bin dann mal weg, ich muss mich nochmal hinlegen. Tschüss!